Wahl-O-Mat oder gleich die Kandidatenfragen? Frage 3. Deutsche Souveränität Wir werden sehen, welche Fragen zur Bundestagswahl 2013 vom Wahl-O-Mat gestellt werden, damit die Wähler im vorgesehenen Gatter verbleiben. Vielleicht werde ich diese hier kritisch würdigen. Vorerst wollen wir die potenziellen Anwärter auf die komfortablen Schleudersitze im Bundestag direkt fragen. Entsprechend der Antworten jedes einzelnen Politikers oder auch der Antwort einer ganzen fraktionierten Partei kann man schnell ablesen, woran wir sind. Obwohl diese Frage eine nicht ganz einfache ist. Vor kurzem hätte jeder, der an der Souveränität der BRD gezweifelt hätte, einen Stempel Verschwörungstheoretiker erhalten. Deutsche Souveränität Mittlerweile könnte jedem bekannt sein, dass die BRD oder Deutschland keineswegs ein souveräner Staat ist. Wolfgang Schäuble hatte dies bereits öffentlich geäußert. Seit 1945 nie mehr souverän. Er ist der Meinung, dass sich Nationalstaaten überlebt hätten. Nunmehr scheidet sich auch Gregor Gysi im Zusammenhang mit der NSE-Affäre in die Diskussion ein. Warum übrigens erst heute? Und bringt die nicht vorhandene Souveränität und den nicht vorhandenen Friedensvertrag zur Sprache? Mein dritter Fragenkomplex lautet Wissen Sie, dass die BRD kein souveräner Staat ist? Und wissen Sie, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland keine Verfassung ist? Wenn nein, werden Sie sich kurzfristig damit beschäftigen, um vor der Wahl noch aussagefähig zu werden? Oder wenn ja, welche Vorgehensweise schlagen Sie vor, um mit den 52 Staaten, die uns als Feindstaat bezeichnen, einen Friedensvertrag zu schließen? Und werden Sie sich dafür einsetzen, dass alle fremden Besatzungsmächte, die noch auf deutschem Boden vorhanden sind, mit allen ihren Organen und Institutionen baldmöglichst abziehen? Ich werde diese Fragen allen Bewerbern in meinem Wahlgebiet stellen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Per Mail, Brief, persönlichen Veranstaltungen, einzeln, vielleicht auch als Fragenkatalog. Und die Antworten öffentlich machen. So können diese später jederzeit nachgeschaut und überprüft werden. Es muss Schluss sein mit dem Drumherumgedruckse und dem Ausweichen bei heiklen Fragen. Die Zeit ist reif für eine neue Transparenz. Nicht durch das Lesen unserer privatesten Korrespondenz durch die NSE und andere, sondern durch das Licht auf das Handeln aller deutschen Politiker und Politikerinnen. Wollen Sie sich anschließen? Gerne. Bitte eigenverantwortlich handeln, mit eigenem Denken und eigenen Worten. Vielen Dank.